Lesen Sie weiter Wir verwenden den Savix in Kalka schon seit mehreren Jahren für unseren DeLongica für Vollautomaten und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut. Den Entkalker kann ich daher empfehlen. Das Zeug benutze ich mittlerweile für mehrere Geräte, für meine Vollautomaten, die wohnen Kaffee-Romantica, Wasserkocher, bei der Arbeit Filterkaffeemaschine und nach viele Jahre alles funktioniert und sieht sauber aus. Wo ich wohne die Wasser ist sehr verkalkt und so ein Ding auch anbedingt. Kann mit den großen mithalten, kostet die Hälfte davon. Muss nicht immer die Marke sein, auch dieser Entkalker tut was er soll. Bin voll zufrieden. Würde ich auf jeden Fall wieder kaufen. Statt dem werkseitigen, überteuerten Entkalker, bei uns DeLongi, ein gleichwertiges, preiswerteres Produkt, das das gleiche Ergebnis erzielt. Wer sagt allein? Habe jahrelang, leider, den teuren Entkalker vom Hersteller meiner Maschine verwendet. Über das extrem ähnliche Design der Flasche bin ich mal zu dem Produkt gekommen. Einmal ausprobiert, seitdem bin ich, mit Begeisterung. Komma dabei geblieben. Gleiches Ergebnis, keine Schädigung der Maschine, aber zum Bruchteil der bisherigen Kosten. Wir besitzen eine DeLongi Kaffee-Vollautomaten, welcher regelmäßig nach einer Entkalkung verlangt. Auf der Suche nach einer günstigen Alternative zu dem empfohlenen Entkalker von DeLongi, bin ich auf dieses Produkt gestausten. Die benötigte Menge an Entkalker pro Vorgang muss man selber kurz berechnen, da sich die Mengenangabe bei DeLongi auf die Eigenmarke bezieht und sich nicht 1 zu 1 auf diesem Entkalker umrechnen lässt. Aber das ist kein Problem, auch wenn man nicht zu 100% die richtige Menge nimmt. Wir haben nun schon mehrfach den Entkalkung mit dem Servizentkalker durchgeführt und wir konnten bisher keine negativen Auswirkungen gegenüber dem Original von DeLongi feststellen. Klicken Sie auf Link in Beschreibung, um weitere Bewertungen zu erhalten. Klicken Sie auf Link in Beschreibung, um weitere Bewertungen zu erhalten. Klicken Sie auf Link in Beschreibung, um weitere Bewertungen zu erhalten.